Hallo, ich bin Maurizio und mache die Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt. Heute zeige ich euch, was ich so mache. Kommen doch mit! Als Fachmann Betriebsunterhalt macht man viele Wartungen, kleine Reparaturen, Ausarbeiten sowie Reinigungen. Schön hier zu arbeiten ist, dass man immer viel Menschen um sich herum hat. Als Fachmann Betriebsunterhalt hat man Handwerker geschickt, sowie Freude, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Der Beruf ist mega cool und super vielfältig. Das Schöne an dem Beruf ist, man kann jeden Morgen arbeiten und weiss nie, was auf einen zukommt. Als Fachmann Betriebsunterhalt Richtung Hausdienst ist es schön, dass man viel in der Lehre arbeiten kann. Es ist v.a. vorteilhaft im Winter oder bei schlechten Wetter. Wir haben eine super Ausbildungsperson, die dir hilft und dich immer unterstützt in der Lehre. In diesem Job wird dir nie langweilig, weil man immer etwas zu tun hat. Jetzt habt ihr gesehen, was ich so mache. Wenn ihr gefallen, bewerten wir dir jetzt. Dann Preis. V.a. B. 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 Vielen Dank.